Wie gut ist der Postbank Privatkredit? Welche Konditionen bietet er? Wie ist der Zins im Vergleich mit anderen Krediten? Und welche Voraussetzungen musst Du erfüllen? In diesem Video stellen wir den Postbank Kredit mit all seinen Vorteilen, aber auch den Nachteilen vor. Am Ende verraten wir Dir, ob sich der Online Kredit von der Postbank lohnt und ob es Alternativen gibt, die eventuell besser sind. Hallo und herzlich Willkommen bei GeldRat. Wenn Dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank dafür. Die Postbank, die eine Niederlassung der Deutsche Bank AG ist, bietet mit dem Privatkredit ein Darlehen zur freien Verwendung. Lediglich zum Kauf von Immobilien, also Grundstücken und Gebäuden, darf es nicht verwendet werden. Bevor wir zu den Vor- und Nachteilen kommen, beantworten wir Dir alle wichtigen Fragen. Beginnen wir mit den Konditionen vom Postbankkredit. Welche Kreditsummen und Laufzeiten sind möglich? Die Mindestkreditsumme beträgt beim Postbankkredit 3000 Euro. Maximal sind 50.000 Euro möglich. Du kannst den Kredit mit Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten, also 1 bis 7 Jahren abschließen. Wie hoch sind die Zinsen? Wie bei den meisten anderen Banken auch, wird die Zinshöhe beim Postbankkredit bonitätsabhängig festgelegt. Je besser Deine Kreditwürdigkeit, desto günstiger ist der Zins. Los geht es beim effektiven Jahreszins mit 1,55% und kann bei schlechter Bonität bis zu 8,66% betragen. Der feste Sollzins entspricht damit mindestens 1,53% und maximal 8,32% per annum. Es gibt hier also eine sehr große Spanne. Um den Zins beim Postbank Privatkredit besser einschätzen zu können, hilft das repräsentative Beispiel, das die Konditionen zeigt, die mindestens zwei Drittel, also die Mehrheit aller Kunden erhalten. Nach dem repräsentativen Beispiel erhalten zwei Drittel der Kunden bei einer Nettokreditsumme von 10.000 Euro und einer Laufzeit von 60 Monaten einen effektiven Jahreszins von 3,79% und einen festen Sollzins von 3,72%. Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an. Dieser Zins ist nicht sehr hoch, aber es geht günstiger. Mehr dazu gleich, also bleibt dran. Unser Tipp? Ein zweiter Antragsteller erhöht nicht nur die Chance auf die Kreditzusage, sondern kann auch den Zinssatz senken. Sind Sondertilgungen kostenlos möglich? Ja, beim Postbank Kredit bleibst du flexibel. Du kannst jederzeit ohne Vorfälligkeitszinsen oder Bearbeitungsgebühren Sondertilgungen vornehmen. Dabei wird deine Laufzeit verkürzt und du sparst Zinsen. Fällt bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites eine Vorfälligkeitsentschädigung an? Banken sind berechtigt, bei vorzeitiger Kündigung oder Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 1% bzw. bei Restlaufzeiten von weniger als 12 Monaten 0,5% zu berechnen. Die Postbank verzichtet auf das Recht und berechnet auch bei vorzeitiger Tilgung bzw. Kündigung keine Vorfälligkeitszinsen. Kann man den Kredit aufstocken? Ja, du kannst später auch deine Kreditsumme unkompliziert im Onlinebanking erhöhen. Kann man den Postbank Kredit online beantragen? Ja, du kannst den Kredit der Postbank komplett online aufnehmen. Dafür unterschreibst du nach dem Ausfüllen des Antrags die Vertragsunterlagen digital. Gehaltsnachweise oder andere Dokumente kannst du per Upload einreichen. So funktioniert der Kreditantrag komplett papierlos. Auf Wunsch kannst du die Unterlagen natürlich auch ausdrucken und per Post versenden. Können auch Selbstständige und Freiberufler den Postbank Privatkredit beantragen? Der Postbank Privatkredit richtet sich an Arbeitnehmer, Beamte und Rentner. Für Selbstständige und Freiberufler gibt es den Postbank Business Kredit, der für private und geschäftliche Zwecke verwendet werden kann. Wie lang ist die Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung? Bei Bestandskunden, die ihr Gehaltskonto bei der Postbank führen, kann die Entscheidung binnen 24 Stunden mit sofortiger Auszahlung erfolgen. Bei Neukunden dauert die Kreditprüfung in der Regel zwei Banktage. Bis zur Auszahlung kann es dann weitere zwei Tage dauern. Wenn du deine Unterlagen per Post und nicht online einreichst, verzögert sich die Kreditvergabe um die Dauer des Postweges. Ist eine Ratenpause möglich? Das Pausieren der Kreditrückzahlung bei der Postbank ist nicht vorgesehen. Allerdings kann man über die Hotline oder per E-Mail um eine Tilgungsaussetzung bitten. Gibt es eine Restschuldversicherung bei der Postbank? Mit dem Postbank Ratenschutz bietet die Postbank eine Restschuldversicherung in drei verschiedenen Paketen. 1. Das Basispaket. Hier übernimmt der Postbank Ratenschutz im Falle deines Todes die Tilgung der noch offenen Kreditraten. 2. Das Komfortpaket. Hier ist ebenfalls der Todesfallschutz enthalten und darüber hinaus eine Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit für maximal 12 Monate. 3. Das Premiumpaket. Hier sind der Todesfallschutz sowie der Arbeitsunfähigkeitsschutz enthalten. Darüber hinaus zahlt der Ratenschutz auch im Falle von Arbeitslosigkeit für maximal 12 Monate deine Raten. Ob sich die Restschuldversicherung für dich lohnt, musst du individuell für dich entscheiden. In der Regel sind sie sehr teuer, werden auf die Kreditsumme aufgeschlagen, dann mit der Rate mitgezahlt und somit verzinst und es gibt Wartezeiten und Einschränkungen bei der Leistungsdauer. In den meisten Fällen ist es aus diesen Gründen nicht ratsam sie abzuschließen. Vorteile vom Postbankkredit Der Zins ist je nach Bonität relativ günstig. Sondertilgungen sind kostenlos möglich. Es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung. Der Kredit kann komplett digital papierlos beantragt werden und das Darlehen kann unbürokratisch aufgestockt werden. Nachteil vom Postbankkredit Der Kredit bietet einige Vorteile. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Die maximale Kreditsumme ist relativ niedrig und die längste mögliche Laufzeit ist relativ kurz. Voraussetzung für den Postbankkredit Für die Beantragung musst du volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem musst du Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Rentner sein. Als Selbstständiger ist der Privatkredit nicht abschließbar, aber es gibt mit dem Businesskredit ein separates Angebot, das auch für die private Verwendung genutzt werden kann. Welche Unterlagen und Dokumente werden benötigt? Für die Beantragung des Postbankkredites benötigst du Einkommensnachweise der letzten beiden Monate sowie die Kontoauszüge des letzten Monats und deinen Ausweis oder Reisepass. Lohnt sich der Postbankkredit? Das Darlehen der Postbank bietet einen günstigen Zins und dank kostenloser Sondertilgung bleibst du flexibel. Die Konditionen sind im Vergleich zwar gut, aber es gibt, wie wir dir gleich noch zeigen, durchaus günstigere Möglichkeiten. Welche Alternativen gibt es? Wenn dir Flexibilität wichtig ist, dann wäre der ING-Kredit eine interessante Alternative. Auch dort fällt für Sondertilgungen oder die vorzeitige Auflösung des Kredites keine Vorfälligkeitsentschädigung an. Der Zins ist bei der ING bonitätsunabhängig und liegt deutlich unter dem des repräsentativen Beispiels der Postbank. Einen Link findest du unter dem Video. Wenn dir ein möglichst niedriger Zins wichtig ist, dann empfehlen wir dir den Vergleich mit vielen persönlichen Angeboten. In der Beschreibung findest du einen Link, mit dem du mit nur einer Anfrage die Angebote von mehr als 20 Banken anfordern kannst. Hast du noch Fragen oder eine Videoidee? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!